Gottes Willen, 43, 42, ist da draußen jemand in der furchtlosen Lage? Gott, ich sappel mir hier den Mund blutig, die Fresse fault mir ab. Könnt's da auch mal anrufen, ohne dass ich sie ständig anschreien muss? Gott, ich flippe, ach Gott, ist... Ah, Nervenzusammenbrüche live im Fernsehen, wer ist am Telefon? Hier ist Ramona. Ja, ja, das denken Sie, dass da Ramona ist, das glauben Sie, Ramona, dass Sie Ramona sind. Ramona, drücken Sie mal die Raute-Taste. Ramona! So, und jetzt zweimal die Eins. So, und jetzt legen Sie auf. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, Ramona! Gottes Willen! Gott, was habe ich getan? Gott! Oh Gott, Ramona! Gott, was habe ich getan? Jetzt hat er aufgelegt. Gottes Willen! Freunde, wenn ich Ihnen sage, springen Sie von der Brücke! Oh! Gott, es tut mir leid, jetzt aufgelegt. Oh! Gottes Willen, das habe ich getan! 3, 2, 1, 1, jetzt! Gott, Freunde, das war ein Spaß, hören Sie doch auf! Gott, wenn ich Ihnen sage, legen Sie auf, hören Sie doch, oh Gott! Gott, ich wusste nicht, dass die Dame auflegt. Ich habe gedacht, ach, Jesus! Wenn die Ramona wieder anruft, kriegst du 100 Euro von mir. Die soll ich mir in der Zuschauerredaktion melden, die kriegt auf jeden Fall 50 Euro. Ramona soll ich mir in der Zuschauerredaktion melden, die kriegt von mir 50 Euro. Oh, jetzt, das lege ich auf! 23, 22, ja gut, wenn ich das sage, ne? Ja, Leute, ist klar, Gott, ist das eine wackelige Angelegenheit! Drei Lösungen habe ich noch! Anfangsbuchstabe B, Endbuchstabe E, fünf Buchstaben zusammen sind, was für eine Lösung! Sieben, sechs, fünf! Gottes Willen, schon wieder! Max, Max, ich habe auf die Tränen gelacht. Es tut mir leid, aber was soll ich tun? Das war ja ein Spaß, Sie kennen mich, ne? Ja, ja, trinken Garmilletee, berühstet ich bitte! Ne, ich bin ein hoffnungsloser Fall, auch die Ärzte haben aufgegeben, ich sage Ihnen das!